Wieso habe ich das alles nicht gelesen? Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben, wie immer. Sag dir doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Tod. Nein, das wollen wir ein eulender Smiley sein. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir auch. Durch deine bloße Existenz. Ich versuch's und ich hab das super Gras von du weißt schon wem besorgt, nur zur Info. Bewahr was für mich auf, muss weg, bis dann. Komm mit Abend in mein Zimmer. Ex, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstillerin, Funkstiller, wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Ich lieb. Ja, wir haben's kapiert. Okay. Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max is back. Blackwell? Das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine neue Nummer stimmt noch. Cool. Ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln. Das ist schon lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Das habe ich ja dann getan. Hey Max, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten herumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Leica, ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir gehofft hast. Mein Gott, ich habe so nicht auf dich gezählt. Ich schwere. Du bist nie wieder. Sie ist eine ganz harte geworden. Also, den Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht lernen. Ha, Maxine, deine Mutter hier. Wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist. Und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht die einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass es dir an nichts fehlt. Aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht für das Zeit, auf Digital umzusteigen. Ich rufe dich später an. Muss los. Ich schmoll nicht. Ich liebe dich. Hey, Liebling. Ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten. Aber ertränkst sie auch nicht. Aha. Gut, Taylor. Next, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Denke nicht. Deine Mutter ist eine Kämpferin. Wie du? Ja, klar. Ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle. Also, ruf mich zurück. Okay. Und ansonsten haben wir keine neuen? Doch. Nathan. Jojo Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also, kein Two Worlds für dich. Noch nicht. Ich sehe euch später. Peace. So. Ah, neues Tagebuch. Wenn ich nur die Zeit anhalten könnte, der war gut. Zuerst Vortex. Die Party beginnt. Moment. Haben wir alles gelesen. Ja. Okay. Hey, William. Oh. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Getting. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So, what's on your mind? Hmm. I don't know how to say this, but... I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Hmm. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And... Be your father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I... Just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Hmm. Hmm. Being around you and Joyce again is... So... Nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Hmm. Hmm. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yeah. She went to Blackwell, right? Ah, poor thing. It's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might... lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Hmm. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit. Pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. You could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but... I don't know, Max. I know it must be hard on you guys. Financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home and that's pretty scary. But... price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus! Die Küsten Akkadia Base dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwahlen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen am Land schwammen und in ihr Verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober am frühen Morgen gesichtet. Und mindestens ein halbes Dutzend Tiere wandten sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphoneaufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Oben der Wale und die Raumwelt. Die Prescott Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologische Ministerium bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Die nächsten Seite fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen. Und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin, Arcadia Base. Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall. Was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show Wo sind sie hin? weckte. Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Information, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte. Blablabla Boah, mich gerade erschreckt von seinem Schnaufer. Mhm, ich habe wieder einen Vogel reinlassen. Back to Cookies. Joyce und William haben noch nie eine Garage-Sale gehabt. Mhm. Sie sind in der Tod, nur um ihre Tochter zu schützen. Suche Bullshit. Sehr geehrte Gerda und Mrs. und Mrs. Price. Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Oder senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über 2058 bezahlbaren Happy-Credit-Card. All da. Aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Können Chloes zu der üblichen Rate von deinen pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Yo, pro Woche! Schweinerei. Das ist irgendwie der typische Versicherung. Kurz zurücktreten, ja. Chloes' door doesn't have a warning anymore. Chloes' door und eine Anweisung überbring dich. Hmm. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Bitte gib Chloe ein Kuschel mir und alles Gute. Hi Bill, entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Letzt Tage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss für mich, haltet euch, Billy. Was soll man dazu sagen, das ist eine sehr traurige Episode gerade hier zu Beginn. Was mich darauf bringt, wir haben neue Bilder, die wir in dieser Episode machen. Oh. Ich muss jetzt neue Leute kennenlernen. Hier. Offenes Fenster. Ei im Nest. Fußspurenherz. Wale. Mhm. Okay. Dann ist schon wieder das hier. Ich bin noch nie überrascht. Ich bin noch immer überrascht mit dieser neuen Realität. Und ich fühle mich so sehr schuldig für schlöten Chloe und ihre Familie durch das. Ich könnte geben Chloe die Wahl der Wahl zu halten. Aber dann sehe ich, dass sie eine Familie sind. Wer bin ich? Ein Blüten der Schmerzen? Ich bin sicher, dies ist totales Coincidence. Damit haben wir dieses Zimmer wohl abgeklappert. Und gleich mal in den Unterlagen schniffeln. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes respiratorisches System, Alter, Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte. Und ich bin stolz mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert werden. Wenn sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen sie, wie sie mich erreichen. Schiert. Look at them. They have no idea what's in their future. Hmm. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Super dad. I wonder if I'm going to stay in touch with her friends. Joyce is already a super mom. Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. You and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Mm-hmm. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Yeah. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and Kea takers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Choice. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult. But nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He might hang out at the two wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. This is all. Plus, you guys have to work, too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So, maybe I should care for Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Warum wollte Chloe doch, dass sie was bringen? Bin ich schon so lange unterwegs. Wahrscheinlich krepiert hier unten gerade. Bis hier unten ankommt, ist alles vorbei. Morphium wollt ihr doch haben. Nochmals das Licht an. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Here it is. I never thought I'd be delivering Morphine to my best friend. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. How's it going time, Tripper? Funny. I think I look older. Ich muss jetzt nicht wieder ein Selfie machen, so wie in jedem, in jeder Episode. Okay, das wäre alles. Warte, 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 warte. Achso. So was. Das Foto kennen wir ja schon, das Bild. Dann brauchen wir jetzt nicht nochmal hinsehen. Haben wir uns hier alles angesehen? Bonjour. That's great they finally went to Paris. Okay. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. 8500 Dollar, ey. 8500 Dollar, ey. We should all just say, dear sir, you are sweet. Hello again, William. Nice to see you back. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience. Especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rocken, for going on a family adventure like that. She talked about going to school there. But that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. Okay, das haben wir gesehen. So, dann müsst ihr eigentlich wieder rauskommen. Natürlich nicht. Ja, das ist wohl wahr. Also, Chloe, es hat gedauert, aber ich bin endlich da. Oh. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. I'm okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. You caught me on a good day. Okay. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See? I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus Max Caulfield does not pass up a photo off with Chloe Price. Ever. Ground zero. Die Schubladen habe ich aber nicht geöffnet. Wow, Sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Insane, insane. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Als Direktor stehe ich ihren zahlreichen Anfragen zu Chloys besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderungen vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgebäude von 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Befugnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustands nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spende erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H-West-Miskatonic-Institut in Bolton als passendere und bereichendere schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen. Und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld vorsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte meine Sekretariat. Ich hasse dieses viele Lesen in einem Spiel. Sie hätten wenigstens einen Leser einbauen können.